Heimat in dem Sinne ja als ein Kollektivbegriff. Auf der anderen Seite haben wir aber am Anfang diskutiert, was ist Heimat für dich? Also Heimat ist etwas, was grundsätzlich sehr individuell ist. Ich glaube, die Veränderung von Heimat ist eine Tatsache, aber es gibt eben nicht die Heimat, sondern Heimat, also Veränderung von Heimat funktioniert nur in der gegenseitigen Sensibilität füreinander. Also sich im Bewusstsein zu sein, dass Heimat kann Ort sein, Sprache sein, wie auch immer. Und wir müssen dafür sensibel sein, dass das etwas sehr Persönliches ist. Und wir uns davor hüten müssen, es einfach zu einem kollektiven Moment zu machen, also sagen, Deutschland ist die Heimat der Deutschen zum Beispiel.